Musik Hallo und herzlich willkommen zum Vielgut-Orakel am Donnerstag. Wir, uh, wollen gleich zwei raus, schauen hinein, was uns die Karten hier verraten wollen. Und hier haben wir erstmal die sieben Kelche dabei stehen. Die sieben Kelche, die bringen auch immer wieder einen, ja, einen sehr guten Fortschritt in unser Leben hinein. Also wir können hier eine klare und sehr gute Chance ergreifen, ja. Das ist also in jedem Falle machbar mit dieser Karte. Denn die Karte zeigt uns natürlich auch auf, dass wir uns zwar was vorstellen, aber diese Vorstellung, die wir haben, wir sollen jetzt keine Mega-Luftschlösser jetzt bauen. Das dürft ihr jetzt also nicht falsch verstehen, hier mit dieser Karte. Aber trotzdem bietet diese Karten in der Tat wirklich auch immer wieder Chancen, ja. Und das ist eben genau das Wichtige, was wir jetzt auch, glaube ich, erreichen wollen. Und, ähm, um da dann auch wirklich zu sagen, okay, ähm, wie geht's da, wie geht's da einfach weiter. Und gerade wenn die Kelchkarten dabei sind, sind natürlich auch immer wieder emotionale Dinge damit gemeint oder damit in der Verbindung einfach auch, ja. Und es ist aber halt auch so bei dieser Karte, und das ist gerade im Wait-Taro, ist es einfach, ähm, halt auch so, dass wir das wirklich so sehen, ja. Ja, denn, ähm, ja, falsche Hoffnungen sollen wir uns nicht machen, aber wir können uns unserer Träume einfach bewusst werden. Und die bewussten Träume, die können wir jetzt realisieren, das zeigt uns halt die Sonne dazu. Und das ist wiederum das Schöne, dass wir da das Glück haben. Also es besteht in der Tat wirklich eine Chance, ähm, wenn wir das Ganze wirklich realistisch sehen. Also nicht zu viel Erwartungshaltung reingeben, da etwas zurückschrauben, dann wird es glückhaft und dann erfüllt es sich auch. Musik 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 Musik